eigentlich die möglichkeit er hat den vorteil er weiß was kommt ungefähr und kann sich sehr einfach darauf einstellen das heißt variante 1 hätte gibt irgendwann die blöße da drüben frei und ich probiere zu treffen der ist nur umgeschwungen hat aber versetzt wenn man das kann man sogar am training zu hause mit punkten machen wenn man das schon ein bisschen öfter geübt hat das ist dann so eine motivation das ist die bestrafung wenn er zu früh versetzt also damit kann man eben spielen als angreifer ihr könnt auch mit den varianten das ausholen spiel als beispiel nur aus dem handgelenk geht das okay das ist jetzt wirklich so ein taktisches element wie fechte ich zu welche möglichkeiten habe ich um ihn aus dieser reserve zu locken und nur am stand kann man später alles unendlich als trainer weiter mit beinarbeit aus der bewegung die blöße ändern ich will einfach mal wer interesse hat dass ihr das mal ausprobiert und auch nur auf diese art und weise sie müsst feste regeln setzen und die feste regeln ist eben wirklich erstens ihr testet den abstand steht im stand wird auch mit einem langen schwert dann machen und er gibt die seitefalt ich darf eben nur in diesem bereich angreifen also von hier meyer obere blöße das heißt ich könnte jetzt auch variieren und könnte sagen ich hau mit der hau das geht auch ist halt nur schauen und da auch nicht nur oberhäu genau ab schulter aufwärts dieses viereck da dürft ihr trennen